Ein Ford Transit Connest ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für zwei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 42.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2011. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bluetooth, elektrische Fensterheber, Freisprücheinrichtung, elektrische Seitenspiegel, ABS und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 90 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,1 Liter pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher.